Die Saiyajin haben sich zusammengetan und Freeza herausgefordert. Es ist ein kompromissloser Krieg zwischen dem Saiyajin und Freezas Truppen. Kampf in der Galaxis Die Saiyajin, die für Freeza arbeiten, entdecken ein Geheimnis. Freeza hat Angst vor ihnen und plant, die Saiyajin zu vernichten. Die durch Freezas Verrat entzürnten Saiyajin versammeln ihre Truppen in der Halle und streben einen kompromisslosen Krieg mit Freezas Armee an. Ja, Krieg! Ja, alle Saiyajins sterben, aber das weiß noch niemand. Und Vegeta war zu dem Zeitpunkt vielleicht sechs oder so. Oder drei. Ja, Sie sind! Die Schleifte der Schleifte in der Luft geflüge sind! Ich werde das nicht mehr über die Schleifte, die Schleifte zu werden! Ich werde das nicht mehr über die Schleifte, die Schleifte zu werden! Das ist jetzt wieder mein Lieblingsfinish. Dordria. 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 Mann, was ist das Unleaschen? Ich glaube, es gab auch überraschenderweise viele, die meinen, dass Videl eine Halbsage ist, weil Fascher ungefähr Videls Haare hat und die dachten, Mr. Satan, ach egal, das will ich gar nicht so genau sagen. Oh, shit. Ich hoffe, ich darf sterben. Mein Ding ist schlecht. Aber ich weiß nicht, warum Fascher, das ist Selipa. Also, ich weiß nicht. Es ist einfach cool. Geh. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gut bin. Aber ich habe mich überraschend. Ich werde dich gleich wiederholfen. Ja, dann drehen wir mal der Schwieser um. Den Finish, den ich vorhin an Kiwi gemacht habe, ist eigentlich an Sabon und der Finish, den ich jetzt machen will, ist ja eigentlich an Kiwi. Also, gehen wir mal so vor oben. Was? Er ist vorbei geflogen! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Wie ist das? Was ist das? Ich bin so glücklich. Und dann, ich werde dich reisen. Ich werde die Welt sehen. Sie sehen uns. Oh ja, oh ja. Ich habe mich immer wieder geflogen. Oh, das ist der Freize! Das ist der Freize! Wir werden bald wieder zurück in den Ginyu. Ah, oh. König Vegeta! Man, all of you, Saiyajin... I will let this of you... Freezer! I will send you to you to that place! Let's say, let's say, that's a scary one. Oh, shit. Oh, shit. Das ist eine coole Attacke, muss man einfach sagen. Oh nein, nicht paralysieren! Nicht gut, gar nicht gut. Das ist eine coole Attacke, muss man sagen. Das ist eine coole Attacke, muss man sagen. Das ist eine coole Attacke, dass ich das gewinnen soll. Dass ich das als König Vegeta gewinnen soll, meine ich jetzt. Wenn ich jetzt sterbe, und ich darf nicht sterben, dann muss ich mal ganz von vorne anfangen. Oh, da habe ich jetzt keinen Wackler. Das ist eine coole Attacke. 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 Okay. Das ist eigentlich eine Sage, in der Frieza alles vernichtet. Man soll verlieren. Er liegt noch. Nein. Jawohl, endlich. Okay, das war ein langer Kampf. Ich glaube der nächste Kampf ist Teufelsmann gegen Mechafreezer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir aber nicht sicher.